Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario World 2 Yoshi's Island und wir gehen jetzt in Level 6, 4, Entschuldigung, mit dem Namen Stegos Festung. Und ja, okay, schauen wir mal, hier hinten ist bestimmt nix, okay, ich brauche Muni. Okay, das klingt doch noch alles ganz einfach, ich hasse Boohus, hab ich das schon mal erwähnt? Ich hasse so viel, ich war heiß. Okay, okay, Hilfe, Hilfe, Muni, oh, ich habe ja schon voll. Ach gut, ich komme nicht drunter, das ist schon mal, okay, da haben wir ein paar rote Münzen, das war knapp. Au, komm schon. So, und treffen kann ich auch wieder absolut nicht. So, das wird jetzt interessant. Oh mein Gott. Und ja, treffen will gelernt sein, wie soll ich jetzt an dem vorbeikommen? Oh Gott, komm einfach rein. Put, 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 put. Oh Gott, der zieht auch noch eine Herde kleiner, wo ist er sicher? Da kann ich ja leiden, wir kopfschmeißen, ja. So. Ach nee, die können wir doch noch aus Alten teilen. So ungefähr zumindest. Ich habe mal getroffen. Nein. Da oben ist ein. Komm ich da nochmal hin? Oh nö. Ich glaube somit hat sich der... Warum wurde ich jetzt nicht getroffen? Ich glaube aber somit hat sich der 100% Run erledigt. Wir speichern mal lieber, weil hier, glaube ich, kann man bestimmt ganz mal versterben. Aha. Glück gehabt. So, wir gehen an eine Etage höher. Oh cool, da ist Muni und du kriegst erst mal drauf und Sterne sind immer gut. Muni, Muni, Muni. Ich müsste, glaube ich, volle Anzahl haben jetzt. So. Da ist eine Tür. Rohren Schlüssel. Ähm, okay. Nein, das funktioniert nicht. Was zum... Okay, das erklärt einiges. War das nicht mein Endboss? Fangen wir jetzt schon mit Endboss-Reboots an? So a la Megaman oder was? Muni, 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 Muni. Kommt, wehr dich nicht. Du musst eh sterben. Zack. Ah, naja. Treffen wir noch nie meine Stärke, ne? Ach, du Scheiße. Der ging ganz daneben. Hau die ab! Dun, dun, dun. Ach, Mann. War ich getroffen? Glaube nicht. Der ging voll daneben. Ich hol mir mal lieber ein bisschen Munition. Oh, Mann. Wo ist er? Okay, er kommt auf mich zu. Ist er tot? Kriege ich jetzt einen Schlüssel oder wie? Oder was? Yay! Wir gehen weiter. Oh nein, die Viecher können ich da irgendwoher. So, Sterne ohne Ende. Blöd ist nur, ich hab schon einen Fall. Okay, was kommt jetzt? Oh Gott, das ist dunkel. Nein! Da solltest du jetzt nicht reingehen, Yoshi. Kommando zurück! So. Gibt's hier was? Gibt's hier was? Nope. Okay. Okay, war ich nämlich mit? Oder auch nicht? Wenn man die falsche Knochen drückt. Aha! Wir bewegen uns jetzt in die Richtung. Komm ich da nicht rein? Egal. Oh, hier brauch ich dann wohl einen Schlüssel. Hm. Schauen wir einfach mal. Ich ahne, Schreckliches. Nein! Ach, komm schon. Oh Gott. Letzter Versuch? Yes! Oh Mann, oh Mann. So, jetzt ist die Frage. Gibt's das hier überall? Geht doch rein. Wieso ging das eben? Nee, ach du Scheiße. So. So, toll. Ich habe keine Eier mehr. Nein! Natürlich komme ich nicht ran. Ach, komm schon! Mann, Mann, Mann. Mann! Manni, 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 Manni. Ah, nein. Guck. Hm. Manni. Manni. Gott. Manche bleiben stehen, manche nicht. Okay. Äh, ja. Äh, was? War was? Ich weiß von nichts. So, ihr blöden Stachis oder was auch immer. Stegos. Ja, komm. Ist klar. Rutsache, die Blume holen. Und weg hier. Gott. Das sind die vier Momente, wo ich manchmal den Drucker gar nicht anschmeißen möchte. So, hier gibt's. Ich habe es geahnt. Okay. Tschüss. Ich gehe wieder. Sicher, ich sicher. So. War mir klar, dass es hier nichts gibt. Aber hier gibt's Muni. Oh, wir haben eine Sackgasse. So, dann wissen wir ja jetzt schon mal, wo das Ziel ist. Da unten ist dann wahrscheinlich das Rohr mit dem Schlüssel. So, wir gehen mal eine Etage tiefer. So. Ja, das kennt ihr ja. Ja. So, Muni, 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 Sackgasse. Ja, ganz toll. Die Musik ist so eingehend. Und dann, dann. Und dann. So, Doppelfall heißt nie was Gutes. Der war nicht gut. Hätt sie nicht ein bisschen anders springen können, Kollege. Nein! Das wollte ich auch gar nicht. Egal, gucken wir erstmal hier. Das finde ich gut. Ah, einer zu viel. Ob die respawnen? Okay, eine Sackgasse. Also ist das Ding nicht ganz so groß, wie ich es die ganze Zeit befürchte. So, Kollege, jetzt geht es dir an den Kragen. Wir laden, äh, speichern lieber mal. Ich würde sagen, das waren zwei formidable Treffer. Ach, stirb doch endlich. Keiner mag dich. Ich glaube. Ich glaube. Tada! So! Das war das Rätsels Lösung. So! Ach, es war mir so klar. Oh, ich bin das geschafft. So! Ja! Jiks! War ich da? War ich da nicht? Ich weiß es nicht. Egal! Ich glaube, 100% Run wird das hier eh nicht. Och, nö! Das sieht alles nach roten München aus. Ja, gut. Nein! Das schwankt mich! Komm! Mausi, Mausi! Ich hab's hier noch nie. Wenigstens etwas. In unserer tollen Sackkasse. Sackkasse. Pfff! Lassen wir das. Komm, Mausi, Mausi, Mausi. Mausi, 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 Mausi. Geht doch. So. Voller Munition geht es weiter. Hoffe ich doch. Das ist doch schon wieder da. Ha! Saugeil! So, normalerweise müsste jetzt irgendwo, ich glaube, da... Tschüss, lieber Korken. Yay! 30 Sterne, oder? Oh, Gott. Brote Münzen sind immer gut und wir speichern mal sicherheitshalber. Nein! Quatsch! Quatsch! Alter! Ich hab alle rote Münzen! Ich glaub's ja gar nicht. Es fehlt nur noch eine Blume. Aber wo ist die? Wo zum Hinkeln ist die? Ähm... 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 Passt du dir auch nochmal weich? Ähm... Ja, kann ich was trinken. Warum nicht? Das klingt nicht gut. Oh Gott, Fischi, Fischi, Fischi! Hilfe, Hilfe! Da ist die letzte Blume! Das heißt ja eigentlich... Eine Möglichkeit besteht noch... Oh, Endboss. Zum 100%-Warn. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst. Aber jetzt ist endlich Schluss. Ich mach dich fertig! Das wollen wir ja sehen, Kamek. Woher wusste ich nur, dass der jetzt anfängt zu wachsen. So, und warum erinnert mich dieser... Untergrund... Oh, warum gibt's? Na ja. Gerade so leicht an Akkeneut. Oh, Akkeneut. Spraycode. Hä? Ich muss wahrscheinlich alles wegballern und ihn in Lava befördern. Ich will die Dinger treffen mit ihm. Na ja, Hauptsache, er kriegt was absurd schlecht. Warum klingt das gerade so, als wäre da was erschienen? Okay, das Ding da muss noch weg. Nein! Soviel zum Thema... Oh ja, komm! Okay. Also... Versuch Nummer 2. Dong. Dong. Ich will den Boden treffen, nicht dich! Nachschub. Bäh. Finde ich gut, wenn er andauernd was abkriegt. So, haben wir hier alle. Nein! Nein! Wann springt der so hoch? So, jetzt aber. Ach guck mal, da ist was versteckt drunter. Oh, schon wieder keine Moni. Nein! Oh Mann! Dann gib ihn doch gar nicht. Ach komm schon! Das kann doch nicht so schwer sein. So ist brav. Ach komm schon! Den nach unten! Weg! Komm! Unter! Ja! Soviel zum Thema. Meine Zielkünste. Das war knapp. So, Kollege. Oh, ich treffe da alles, noch nicht das, was ich treffen will. Alter! Was? Habt ihr das gehört? Ist der gerade... Der wäre gerade ärgerlich, wenn der jetzt wirklich in die Lärme gefallen wäre. So, komm. Oh, klar. Komm, roll rein! Nein, ich hab keine Moni mehr! So, jetzt geht sie an den Kragen, Kollege. Egal. Ich treffe wieder alles, noch nicht das, was ich will! Mann, so schwer ist er doch nicht. So. So. Sieht gut aus. Mann, sag mal. Hat er nicht mehr viel Spielfläche. Oder? War das? Was? 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 Jaaaaaaah! Jussi! So, da haben wir wieder mal ne Castle geschafft. Und, wenn ich mich recht entsinne, genau zu 100%. Ja! Und ich sage wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss!